Wir geben es gerne, wir sehen es aus, wir erwarten eine Ernte 30, 60, 100-Fältig und viel mehr als das. In jeder Weise in unserem Leben, nicht nur in Form von Geld, denn du bist gut und deine Gnade wird ewiglich für alle, die dich lieben. Amen? So, während wir hier schon einsammeln, lass mich dir was sagen. Ja, in den 40er, 50er Jahren gab es eine Erweckungsbewegung, die von Amerika ausging und dann letztendlich über die ganze Welt heute bekannt als die große Heilungsbewegung. Leute wie Oral Roberts zum Beispiel waren die großen Träger dieser Bewegung. Er hat damals Zelte gefüllt mit Zehntausenden von Leuten, er hat das größte Zelt der Welt gehabt in Amerika und es war voll. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen, würde ich über uns sagen, war live dabei, hat all die Heilungen gefilmt. Ihr filmt heute bei YouTube noch ungezählte Videos von dieser Zeit. Und dieser Oral Roberts, der nachher eine Universität gegründet hat und der maßgeblich dafür war, dass die Lehre von Saar und Ernte wieder bekannt wurde. Und bis heute, heute lernt viele darüber. Wer war der Erste, der das wieder in der neuen Zeit rausbrach und sagte, Saar und Ernte funktionieren? Und er sagte etwas ganz Erstaunliches. Er sagte, wenn ich Geld gesät habe, dann kam in der Regel nicht unbedingt Geld zurück. War nicht erstaunlich von ihm, das zu lesen. Und er sagte, was zurückkam, waren aber immer folgende drei Dinge. Ich erntete Ideen, Konzepte und Einsichten. Jetzt frage ich dich, welche Ideen brauchst du gerade, vielleicht für die Erziehung deiner Kinder oder für dein Geschäft oder für die Verwaltung deiner Finanzen? Welche Konzepte helfen dir hier in diesem Ding und auch in anderen Bereichen? Welche Einsicht ins Wort Gottes brauchst du, damit du im Glauben den nächsten Schritt gehen kannst? Damit du deine Heilung empfangen kannst? Damit du Wohlstand empfangen kannst? Versteht ihr? Er sagt, diese drei Dinge füllen immer zu Geld. Er war auch Geschäftsmann, er hat Büsche geschrieben, Verlageramt. Verlageramt und das ist, was wir brauchen. ICI kürzt der Herr das ab. ICI, all dieses Konzept, Insight. Und bei uns ist es nicht ganz so leicht abzukürzen, aber wir brauchen dasselbe. Und ich segne uns jetzt damit, dass Ideen, Konzepte und Einsichten uns Besuchen kommen und bei uns Wohnungen nehmen, damit wir all das, was in unserem Leben gerade dran ist, gut managen, gut lösen und siegreich führen können. Danke, Herr, das ist dein Gedanke, wenn jedes Cent erheben gegeben wird. Herr, der löst diese Kräfte in der himmligen Welt, damit wir in diesem Leben nicht unten, sondern oben schwimmen. Da, wo wir hingehören oder sogar fliegen, wenn man das Bild nimmt. Wie die Arme. Über den Umständen, über Ängsten, über Sorgen, über all dem, was uns versucht, klein zu halten. Danke, Herr, dass du gute Gedanken für uns hast. Danke in Jesu, Herr. Amen. Amen. Ist gesegnet. Und wenn ihr wollt, wenn Sie wollen, stehen Sie doch mit uns auf. Wir sprechen vor jeder Predigt ganz bewusst eine Proklamation. Wir sprechen etwas in der Existenz und glauben, dass Gott darauf reagiert und wir im Glauben vor allem sprechen. Das ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es sage. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißen. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichten. So bekenne ich fühlen. Mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt. Ich werde nie mehr derselbe sein. Ich werde empfangen, den Unzerstörer wagen, Unfehl wagen, ewiges Amen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr derselbe sein. Niemals, niemals, niemals derselbe sein. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt ist es mir eine große Freude, meinen Freund Daniel. Daniel Hexter, willkommen zu heißen. Daniel ist ein brillanter Mann Gottes, der viel zu geben hat, der vieles schon erlebt hat. Lasst euch nicht durch sein jugendliches Aussehen teuren. Das ist mir bei seinem Vater auch so gegangen. Das sind starke, erfahrene Männer Gottes, die uns wirklich was zu geben haben. Und ich freue mich riesig, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Ich weiß, du bist so in allem noch Ehrenamt, was du geistlich machst. Und hast einen Job noch nebenbei. Und dienst so vieles. Viele reisen in Deutschland darüber hinaus. Und ich werde bestimmt ein bisschen was erzählen. Daniel, ich freue mich. Halleluja. 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 Gott ist gut. Ich bin so glücklich bei euch heute zu sein. Hier in Limburg bin Gott dankbar für das, was Gott hier getan hat. Und wir haben eine starke Botschaft mitgebracht für euch. Seid ihr bereit, sie zu hören? Ja? Bevor wir dazu kommen, möchte ich den Dennis Schröpfer einladen. Nach vorne zu kommen. Dennis hat ein starkes Zeugnis, ein starkes Bekehrungszeugnis. Wollt ihr es hören? Aber vorhin muss ich noch Grüße von meinen Eltern sagen, ja? Die haben mir gesagt, Daniel, wenn du dort bist, bitte sag eine ganz liebe Grüße. Nehmt diese Grüße von Ihnen und wir wollen jetzt... Danke, danke, danke. Und wir hören jetzt das Zeugnis von Dennis. Und danach wollen wir noch profitieren und dann kommen wir zum Wort Gottes. Gott segne euch. Ich freue mich, heute hier bei euch sein zu dürfen und euch zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, was Jesus bei mir getan hat. Weil ich glaube, immer wenn wir unsere Geschichte erzählen, geben wir Gott die Möglichkeit, dass er es nochmal tun kann. Weil er derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und in ihm ist keine Veränderung. Und ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung mit Jesus ist. Ob du ganz eng bei ihm bist oder ob du mal von ihm gehört hast, so wie es bei mir war. Aber irgendwie nichts damit anfangen konnte ich. Und mein Leben war dann nicht immer so, dass ich mit so tollen Leuten wie ihr seit Sonntagmorgen zusammen Gottesdienst gefeiert habe, Gott erlebt habe. Sondern im Regelfall, vor vier Jahren bin ich noch an einem Sonntagmorgen irgendwo in einem verrauchten Raum zu mir gekommen. Mit ganz dubiosen Gestalten um mich herum. Und habe erst realisiert, dass ich wieder bei mir bin. Ich bin sehr früh in Drogen reingekommen. Ich habe mit 13 den Weg der Freiheit gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses Ich will mein Leben leben. Und ich erinnere mich noch gut an diesen Sommer, in diesem Jahr, wo ich so das erste Mal realisiert habe, hey, jetzt beginnt mein Leben. Und das möchte ich leben. Und ich möchte in diese Freiheit kommen, was ich so in meinem Herz gespürt habe. Ich möchte da hinkommen. Und ich habe schnell einen schlechten Weg eingeschlagen. Ich habe tolle Freunde gehabt damals zu der Zeit. Und wir sind in älteren Kreise gekommen. Und da war schon Alkohol und Zigaretten im Spiel. Und wir haben zu denen aufgeschaut. Und ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo mein bester Freund zu mir gesagt hat, hey Dennis, aber wir werden niemals rauchen. Zwei Wochen später habe ich geraucht. Zwei Wochen später habe ich Alkohol getrunken. Und für mich war es dieser Weg in diese Freiheit hinein. Und ich habe diese Freiheit, die mein Herz so wollte, habe ich in diesen Alkohol, in diesen Zigaretten mit meinen Jungs abhängt. Da habe ich das gesehen. Und ich wollte immer mehr. Und ich habe immer mehr getrunken. Und ich habe immer mehr geraucht. Und ich habe da drin so viel gesehen. Und ich bin schnell dann irgendwann in die Drogenszene reingerutscht. Dann kam der Erste mit dem Gras. Und das war alles dann. Da dachte ich, ja, das ist dieser nächste Schritt, wo mich näher bringt in diese Freiheit. Weil ich hatte so eine Sehnsucht in meinem Herz, in diese Freiheit hinein zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich wollte, ich habe gespürt, da ist was in meinem Herz, wo eine Lücke ist, wo ein Leerraum ist, wo gefüllt werden muss. Und ich habe gedacht, ich finde das da drin. Und es wurde immer krasser, es wurde immer schlimmer. Ich habe immer mehr Drogen zu mir genommen, weil dieses Loch in meinem Herzen niemals gefüllt war. Es war immer nur für einen Moment. Dann komme ich wieder zu mir und diese Leere war wieder da. Und sonst, währenddessen ist mein Leben super gelaufen. Ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meine Schule gemacht. Alles lief wie im Schnürchen. Und ich habe gedacht, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe es richtig drauf und alle um mich herum, die verstehen einfach nicht, wie man wirklich lebt. Ich bin dann mit 21 an einem Punkt aufgewachsen in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter konnte. Das war für mich der Moment, wo auf einmal wieder Boden von meinen Füßen weggezogen wird und ich habe angefangen zu fallen. Ich hatte eine Freundin und ich habe gedacht, hey, diese Freundin, die hält mich davon ab, Drogen zu nehmen. Die hält mich davon ab, in diese Freiheit hinein zu kommen, weil ich bei ihr keine Drogen genommen habe. Ich habe sie angelogen, ich habe sie betrogen, ich habe so viele schlimme Dinge ihr angetan. Aber ich dachte immer, ich war ihm recht. Ich habe gedacht, das ist richtig, was ich tue, weil es geht nur um mich. Und ich dachte, hey, wo dieses Kartenhaus, mein Leben zusammengefahren, ich habe gedacht, okay, sie muss weg, weil sie hält mich davon ab. Ich habe versucht, alles zu greifen, alles, was noch ging, aber ich habe keinen Halt mehr gefunden. Ich bin angefangen und bin da in diese Abwärtsspirale reingekommen und ich habe gespürt, ich kann nichts mehr tun. Und es wurde immer schlimmer, ich hatte noch einen Jobwechsel davor, habe mich vorher noch geprüstet damit, oh, ich bin 21, ich bin im Management, wer will mir jetzt noch was sagen. Aber plötzlich kam ein Druck auf mich, eine Last auf mich, hey, du musst das machen, du musst hier hinkommen, du musst diese Arbeit erfüllen. Und ich konnte das nicht, weil ich durch diese Drogen, durch den Schlafentzug nicht mehr fähig war, überhaupt irgendwas zu tun. Und alles, was ich in meinen Händen hatte, war auf einmal kaputt. Alles, was ich jahrelang aufgebaut habe, war kaputt. Und ich stand an diesem Punkt und ich dachte, was soll ich jetzt tun? Und ich habe aufgehört mit chemischen Drogen, weil ich einfach meinen Kopf damit kaputt gemacht habe, mein Gehirn war angegriffen, ich wurde paranoid. Ich habe gedacht, meine besten Freunde, meine langjährigen Freunde haben sich gegen mich verschworen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich so ein Familientyp bin. Für mich sind meine Freunde meine Familie und das hat mich so verletzt. Und ich war an einem Punkt, wo ich gar nichts mehr hatte. Alles, was ich gebaut habe, war einmal weg. Und ich stand an diesem Punkt und ich dachte, wie kann es jetzt nur weitergehen? Und ich habe die Hoffnung nur noch gesehen, ich werde kiffen, ich werde kiffen, ich werde kiffen und alles wegkiffen, damit ich einfach betäubt bin, damit ich nichts mehr mitkriege. Und irgendwann mache ich die Augen zu und es ist vorbei. Und es ging auch für eine Zeit gut, ich konnte so durchs Leben irgendwie kommen. Aber plötzlich fing es an, mein Ego, das sich so über diese Jahre, über diese ganzen Erfolge, die ich vermeintlich hatte, aufgebaut hat, dass sie kaputt gingen. Und es fing an mit Gedanken, hey, du bist nichts. Du bist niemand, du kannst nichts. Du kriegst nichts auf die Reihe. Und ich dachte, ich muss noch mehr kippen, dass diese Stimmen in meinem Kopf aufhören, das zu sagen. Aber es wurde immer stärker, es wurde immer mehr. Und ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Diese Stimmen haben mich wachgehalten. Du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts erreichen. Und es hat mich natürlich noch mehr runtergezogen, weil ich gar nichts mehr hatte. Ich konnte nicht mehr. Und mein ganzes Leben war vorbei. Und dann kam dieser Moment, als meine Ex-Freundin mir geschrieben hat, komm, wir treffen uns. Und ich dachte, okay, ich mach das, ich geh dahin. Und sie schaute mich an und sie sagt, hey, Dennis, dir geht es noch gut. Und sie kannte mich sehr gut. Wir waren sechs Jahre lang zusammen und sie kannte mich. Sie wusste, wie es mir geht, wie es in mir vorgeht. Aber ich war zu stolz. Ich war zu stolz zu sagen, ja, ich brauch wirklich Hilfe. Ich war zu stolz zu sagen, hey, ich hab mein Leben gegen die Wand gefahren, bitte hilf mir. Für mich war immer das Schwäche. Zuzugehen, dass ich was falsch gemacht habe, ich konnte es nicht. Und so gingen unsere Wege wieder auseinander. Ich bin nach Hause. Und am Abend schreibt mir ihre Schwester, hey, sollen wir uns morgen treffen? Wir quatschen in der Runde. Mir war bewusst, hey, jetzt haben die miteinander geschrieben. Und jetzt möchte sie bei mir Seelsorge machen und möchte mir helfen. Und ich hab wieder abgelehnt, weil mein Stolz wieder da war. Und er hat mich abgehalten, diese Hilfe wieder anzunehmen. Und so ging ich wieder zu Bett in der Nacht. Und Gedanken kamen wieder. Sie haben mich wieder angegriffen. Und sie haben wieder gesagt, hey, du wirst nichts. Du kannst nichts. Du wirst nichts erreichen. Und wisst ihr, ich war nach außen hin immer so ein starker Typ. Ich war ein König im Maskeradenspiel. Und ich konnte jedes Gesicht aufsetzen. Und mir hat man das immer abgekauft. Und es war auch für mich ein Punkt, wo ich mich halten konnte. Und ich hab einfach ein Image aufgesetzt und hab mich selber daran festgehalten. Hab gesagt, doch, das bin ich. Aber nachts ging es nicht mehr. Nachts war niemand da. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt. Nachts, wenn ihr wirklich selber vor euch steht. Und euch das bewusst wird. Und diese Stimmen sind bei mir gekommen, haben mich wieder runtergezogen. Du bist nichts. Du kannst nichts. Du wirst nichts erreichen. Und plötzlich in dieser Nacht war alles anders. Ich lag in meinem Bett und ich spüre auf einmal, wie eine Decke auf mich kommt. Und sich auf mich lagert. Und mit dieser Decke kam ein tiefer Frieden. Und eine tiefe Ruhe. Und eine tiefe Liebe auf mich und in mein Herz. Und auf einmal waren alle Gedanken weg. Die ganzen Stimmen haben aufgehört. Und ich hab realisiert, wo ich wirklich stehe. Und ich höre auf einmal diese Stimme, die zu mir sagt, in meinem Herzen. Hey Dennis, deine Ex-Freundin und ihre Schwester haben für dich gebetet. Und ich dachte, wow. Aber was soll dieser Gedanke jetzt? Für mich war Gott nichts Fremdes. Ich hab immer an Gott geglaubt. Ich wusste nur nicht, dass es so lebendig mit ihm sein kann. Ich dachte, okay, ich lebe und irgendwann sehe ich ihn dann, wenn mein Leben hier vorbei ist. Für mich war Gebet eigentlich auch wieder ein Zeichen der Schwäche. Weil ich gedacht habe, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht mehr weiter kannst, dann betest du halt und hast noch so einen Halt. Ich hab nicht geglaubt, dass Gebet wirklich eine durchschlagende Kraft hat. Ich dachte, es wäre halt ein imaginärer Halt. Aber diese Liebe und diese Frieden und diese Ruhe haben mich immer mehr erfüllt. Und mein ganzes Zimmer war mir dieser Ruhe erfüllt. Und ich stand nachts auf und ich stand in meinem Zimmer. Und ich hab nicht verstanden, was es ist. Und ich hör plötzlich diese Stimme, die wieder zu mir sagt, Hey Dennis, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Einen Gott, der dich sieht. Und einen Gott, der dich da rausholen möchte, wo du dich selber hineingebracht hast. Und ich war geschockt. Ich dachte, was passiert jetzt? Ich bin ins Bett gegangen. Ich bin aufgewacht am nächsten Tag. Und ich war ein neuer Mensch. Die Bibel spricht davon, dass Altes vergangen ist und Neues geworden ist. Und ich hab das erlebt, wie Gott mich verändert hat, wie er mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Ich hab angefangen zu beten. Ich wollte mehr davon wissen. Ich hab der Schwester morgens geschrieben, hey, danke, dass du für mich gebetet hast. Und sie sagt, hey, woher weißt du das? Und ich sag, keine Ahnung. Aber gestern Nacht ist das passiert. Und ich hab da das erlebt. Und Gott hat zu mir gesprochen und sagt, hey, das war Jesus. Jesus, der Interesse hat an deinem Leben. Und der dein Leben verändern möchte. Und ich bin diesen Weg gegangen. Ich wollte immer mehr. Ich wollte mehr von Gott erleben, weil mir das nie so bekannt war. Und zwei Wochen später kam dieser wunderbare Moment, wo sie mich in die Gemeinde eingeladen haben. Und ich vom Typ her, ich wäre niemals in ein Haus gegangen, wo Missionswerkstrahlen der Freude vorsteht. Aber ich wusste und ich war so verändert durch Gott. Ich war am Fliegen und ich dachte, ich will alles mitnehmen, wo Gott drin ist. Und ich laufe in dieses Gebäude rein und ich sehe Menschen, die mich anschauen und sagen, hey, schön, dass du da bist. Fremde Menschen sind zu mir gekommen, haben mich umarmt und es ist schön, dass du heute Morgen hier bist. Und es hat mich bewegt, weil ich sowas nicht kannte. Ich kannte nur Menschen, die sich gefreut haben, wenn ich komme, wenn ich Drogen dabei habe. Und es war so echt und ich habe durch diese Menschen diese Liebe Gottes gespürt und dass er Interesse hat an mir. Und so stand ich in dem Gottesdienst und dann ging der Lob reichslos und alle tanzen und klatschen und freuen sich. Und es hat mich gezogen, es hat mich bewegt. Ich kannte das nicht, ich habe das noch nie erlebt. Alle hatten so eine Freude, wie ich es euch vorher erzählt habe. Für mich war ein Sonntagmorgen, ich wache irgendwo auf und realisiere gar nicht, wo ich wirklich bin. Und dann fangte Daniel an zu predigen und ich dachte, woher weiß der alles über mein Leben? Warum spricht der jetzt zu mir? Und danach kam dieser Moment, wo die Schwester mich angeholt hat, hey, ich will schnell vorgehen und für dich beten lassen. Und ich dachte, klar, ich will mehr davon. Ich will das erleben, was ich vor zwei Wochen erlebt habe, nur das. Und ich kannte ja so die ganzen Regeln nicht, wie das so abläuft. Also bin ich da vorgelaufen und ich stand vorne und der tolle Edmund Exler, Daniels Papa, kommt zu mir und schaut mich an voller Liebe und sagt, für was darf ich beten? Und innerlich dachte ich, oh nein, was soll ich ihm jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, er betet einfach für mich. Und ich bin kurz in mich gegangen und ich dachte, was möchte ich? Und ich wollte sagen, ich möchte im Glauben weiter wachsen. Und während ich gesagt habe, ich hatte damals noch keine Ahnung. Ich habe gespürt, wie Jesus vor mir stand. Und wie er mir diesen Rucksack meiner Schuld und meiner Last einfach weggenommen hat. Ich habe angefangen zu weinen, zu lachen, mich zu schütteln. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, wow, 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 wow. Und dann bin ich wieder auf meinem Platz und die Schwester guckt mich an und ich weine und lache und wow. Und dann dachte ich, hey, ich gehe nochmal vor und lass für meine Ex-Freundin beten, dass sie das genauso erlebt, weil ich dachte, Gott macht das bestimmt genauso. Und dann gehe ich vor und ich erzähle dem Ältesten meine Geschichte. Ich so, hey, ich war drogenabhängig. Vor zwei Wochen ist das passiert. Gerade eben war ich da vorne und da passiert das. Und kannst du für meine Freundin beten, dass das auch bei ihr passiert? Und er sagt, hey Dennis, ja, das mache ich. Aber wie wäre es, wenn du dein Leben Jesus gibst? Und ich habe die Achse. Ich habe gesagt, ich will das auf jeden Fall. Ich möchte diesen Jesus noch mehr kennenlernen. Und ich habe mich entschieden, ihn einzuladen, bewusst in mein Leben. Und seitdem ist alles verändert. Ich bin eine neue Person geworden. Gott hat mich verändert. Er hat mir seine Liebe geschenkt. Er hat zu mir gesagt, hey Dennis, fang du an, den Menschen von meiner Liebe zu erzählen. Fang ihn nicht an, Religion zu bringen, sondern meine Liebe. Ich habe mit meinem besten Freund, der sich zwei Tage später bekehrt hat, habe ich mit ihm gekriegt. Ich habe gesagt, Patrick, warum hat das noch nie jemand erzählt? Warum wissen wir das nicht? Und Gott sagt zu mir, Dennis, fang du an und erzähl das. Erzähl das, wie ich wirklich bin. Und das ist mein Herz. Und das ist das, was ich tue, wovon ich überzeugt bin, dass Gott jeden Menschen liebt und jeden Menschen verändern möchte. Wenn wir ihm die Tür öffnen, möchte er reinkommen. Er möchte unser Leben bereichern. Er ist so viel mehr als nur diese Religion. Und ich möchte einfach jetzt noch den Freiraum geben, wenn du hier bist und du kennst diesen Jesus nicht. Du hast vielleicht mal so, wie ich, von ihm gehört, aber er war für dich so weit weg. Oder du hast noch nie was von ihm gehört. Für dich ist vielleicht alles hier ein bisschen suspekt. Du weißt gar nicht, warum du hier bist. Dann sage ich dir, es hat einen ganz bestimmten Grund, dass du heute hier bist. Weil der Vater dich gezogen hat. Dein Vater im Himmel hat dich gezogen, weil er dich liebt. Und weil er eine Sehnsucht hatte nach dir. Und deswegen bist du hier. Es sind vielleicht komische Umstände passiert, dass du heute hierher gekommen bist. Aber es war dein Vater im Himmel, der eine Sehnsucht hat nach dir. Und wir möchten einfach hier den Raum geben, dass wenn jemand Jesus noch nicht kennt. Oder wenn du die Frage, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, noch nicht beantworten kannst, dass du im Himmel sein bist. Wenn du Zweifel hast, dann komm auch hier nach vorne. Und wir wollen das einfach nochmal festmachen. Wir wollen zusammen mit dir bekennen, dass du ein Kind Gottes bist. Dass alle deine Fehler, alle deine Verfehlungen vergeben sind. Und dass der Heilige Geist in dich kommt. Weil er ist es, der in dir bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Er bringt die Erneuerung in dir. Stark, oder? Wer jetzt dein Leben Jesus geben will, bist du bereit, das wird dir bringen, ja? Komm nach vorne. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Und wer jetzt dein Leben Jesus geben will und sagt, ja, ich möchte auch Jesus erleben. So wie Dennis ihn erlebt hat. So wie viele, viele Menschen hier Jesus erlebt haben. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Komm nach vorne, lade dich ein, zum Vater zu kommen. Der steht mit offenen Armen da. Er will alle Lasten wegnehmen. Diese Schuld wegnehmen. Und Jesus will ein neues Leben auch heute geben. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte mich entscheiden für Jesus Christus. Sei mutig. Sei mutig, einfach nach vorne zu kommen. Die ersten zwei, aber die mir kommen schon. Seien wir gleich mit uns zusammen. Danke. Wenn du sagst, das ist der beste Schritt, den es überhaupt gibt. Der beste Schritt im Leben hier ist, du gehst voll los. Wir wollen noch warten. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, ich möchte mein Leben hier sehen. Das ist die wichtigste Entscheidung des ganzen Lebens. Wichtigste Entscheidung. Danke, Gott. Pastor Bärms, darfst du sie zu Jesus führen, ja. Er ist der Freundin des Hauses hier, er ist der Pastor des Hauses, ja. Und er macht das. Das macht, hallo. Hallo. Ist dir das egal in der Lage, dabei ist er, die beste Entscheidung des Lebens zu treffen? Ja, mein Herz kostet ein bisschen, aber. Vielleicht ist da doch noch jemand da, der sagt, ich habe mich eigentlich nicht getraut, aber so schlimm wird es wohl nicht sein. Kommen Sie, diese Entscheidung verändert alles. Ich war 20, als ich sie getroffen habe. Wahrscheinlich sind wir nicht so viele älter. Es war ein gutes Alter, aber meine Mama war 45, als sie die Entscheidung getroffen hat. Es war auch ein gutes Alter. Mein von Siegfried war schon über 50. Sieben. Sieben. So, wie alt auch immer Sie sind, du bist. Ich war da noch eine halbe Minute. Und du sagst, eigentlich klopft mein Herz auch. Und ich würde gerne, komm, kommt sich. Es lohnt sich. Er macht alles neu. Ja, das stimmt. Ja. Frag doch mal deinen Nachbarn. Solltest du gehen? Solltest du gehen? Solltest du gehen? Ich bin hilfst, sich nochmal so eine Mutigung zu bekommen. Solltest du gehen? Kommt noch jemand? Okay, was wir jetzt machen ist, ihr habt gesunde Knie, oder? Wir knien. Ist das okay? Wir gehen zu dem Kreuz und knien vor dem Kreuz, weil das ist der Ursprung für alles, was wir als Christen haben dürfen. Und jeder, der das schon gemacht hat, ihr könnt gerne das mitbeten. Das Gebet ist ein Hingabe-Gebet. Wir sagen einfach, wie es ist. Wir sagen, Gott, ich brauche dich hin. Ich schaffe dich ja rein. Okay? Also wer möchte, sprich mir nach. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Bitte vergeb mir. Mach mich rein. Und mach mich frei. Ich nehme dich jetzt an. Als meinen Herrn. Als meinen Erlöser. als mein Gott. Und ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Jetzt an, bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und Vater, ich danke dir so sehr für unsere beiden Freunde hier. Ich bete, dass du ihre Leben berührst von diesem Moment an, in einer Art und Weise, wie sie es nie vorher erlebt haben. Ich bete, dass du mit ihnen gehst, wenn sie nachher diesen Raum hier verlassen. Dass du ihr Leben begleitest von heute an. Wirklich, bis zu ihrem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Ich bete, dass sie deine Herrlichkeit erleben. Dass sie deine Freundlichkeit erleben. Dass sie wirklich spüren, dass Schuld vergeben ist. Und dass Freiheit kommt. Dass hier was Neues entstanden ist. Auch wenn sie äußerlich genau so aussehen wie vorher. Es ist innerlich ganz viel passiert. Weil du, Heiliger Geist, bist eingezogen. Du machst alles neu. Du heilst Verletzungen. Du heilst Leid und Trauer. Du schenkst Freude und Frieden, die es kein Mensch uns geht. Ich danke dir so sehr. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. vorstellen. Diese Mädchen hier hat sich eine sehr gerne Kämpfe hier, sie war älter als 20. Sie ist mit einer ganz größten Gottesschwester. Sie würde gerne mit euch noch kurz sprechen, mit euch, mit euch eine Ehrlichkeit schenken. Wollt ihr das jetzt machen oder am Ende von Gottesdienst? Okay, das ist gut, dann passt ja auch. Nach dem Gottesdienst steht sie hier vorne, geht aufs Dixi. Wir haben ein Wort von Gott für euch bekommen und für die Gemeinde. Wollt ihr es hören? Ja, dann kommen wir zu einem Friedenstuhl. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir lieben euch herzlich denn wir sind eine Familie. Ich habe ein Wort bekommen und es ist ein bisschen länger ich habe es aufgeschrieben Du bist unterwegs, mein Volk Du hast ein Ziel eine Berufung Lasst euch, mein Volk nicht ablenken durch Umständen Gegenwind, Kritik Druck schließt zu die Tiere von Angst Unglaubens Sicht Bequemlichkeit denn ich will dich freisetzen Gib nicht auf Gib nicht auf Sei treu zu dem wozu ich berufen sei Denn diese Gemeinde ist mein Werk Ich habe sie ins Leben gerufen durch meinen Geist Erweitere dein Gebiet Trage diese Vision Woll in Glauben Erwarte Großes Und du wirst meine Herrlichkeit sehen Ich rüste dich aus Ich rüste dich aus, mein Volk in diesen Tagen Sei offen für mein Wirken in deiner Mitte Denn jetzt ist die Zeit der Veränderung In deinem Leben In deinem Dienst Ich will reinführen dich, mein Volk In eine neue Dimension Und durch dich fließen Und du sollst ein Kanal sein Meinen Namen verherrlichen Wohin du auch gehst Fokussiere dich auf mich Sei hungrig nach meiner Gegenwart Nach meiner Nähe Nach meinen Reden Sei geistlich fit Mein Feuer des Geistes wird in eurer Mitte zunehmen Meine Herrlichkeit wird sich ausdehnen in eurer Mitte in eurer Familie in eurer Arbeitsplätze Schulen in dieser Stadt Sei aktiv und nicht passiv Es ist Zeit für ein neues Erwachen Stehe auf mit mir Die Erde ist groß und reif und ich werde meinen Plan durch euch, mein Volk, ausführen Es ist viel Arbeit Große Verantwortung Aber meine Treue wird belohnt Dein Ausdauer wird belohnt Deine leidenschaftliche Liebe zur Verlorenen wird belohnt Sei ein Licht eine Flamme ein Leuchtturm für viele Menschen seit Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes Amen Halleluja Trete hinein in den Raum des Glaubens Im Raum des Glaubens ist alles möglich und alles ist alles Alles ist alles Jesus sagt in Markus Kapitel 9 Vers 23 Jesus sprach zu ihm wenn du das kannst dem Glaubenden ist alles möglich Wollen wir uns zusammen sprechen Dem Glaubenden ist alles möglich Vielleicht kämpfst du mit deiner Familiensituation Vielleicht weißt du nicht wie du da rauskommst Vielleicht weißt du nicht wie es ist mit deinen Finanzen Vielleicht weißt du nicht wie du rauskommst aus dieser Krankheit Jesus spricht Dem Glaubenden ist alles möglich Ich möchte mich ermutigen Ich habe für euch gebetet und Gott hat mir gesagt er möchte euch neu auf eine Ebene des Glaubens stellen bei dem alles 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 möglich ist Alles Was ist dieser Glaube? Wozu brauchen wir das? Galater Kapitel 3 Galater Kapitel 3 Vers 10 Denn alle die auf Gesetzeswerken sind die sind unter dem Fluch Denn es steht geschrieben Verflucht ist jeder Denn ich bleibe in allem was im Buch des Gesetzes geschrieben ist um es zu tun Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird ist offenbar Denn der Gerechte wird aus Glauben leben Wer von euch ist gerecht vor Jesus? Lass uns das zusammensprechen Der Gerechte wird aus Glauben leben Das ist das Schlüssel Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben sondern wer dieses Ding getan hat wird durch das Leben Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes indem er ein Fluch für uns geworden ist Denn es steht geschrieben Verflucht ist jeder der am Holz senkt Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kommen damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben Halleluja durch Glauben empfangen durch Glauben Wie bekommen wir die Verheißung des Geistes? Durch Glauben Das ist der Schlüssel Was ist dieser Segen Abrahams? Hier kommt Jesus und er sagt Ich hänge ans Kreuz Ich gehe ans Kreuz und ich gebe mein Leben für dich Am Kreuz ist die Strafe beendet Am Kreuz des Krieges ist die Krankheit getippt Der Erste haben damals zu mir gesagt Hey in zwei Jahren wir sind im Rollstuhl sitzen MS Multiple Slerose unheilbar krank Aber was unmöglich ist bei Menschen ist möglich bei Gott Und Gott hat mich geheilt Heute bin ich 16 Jahre vollständig geheilt weil es einen Gott gibt der heute noch heilt sein Name ist Jesus Am Kreuz hat er meine Schuld getragen Am Kreuz hat er meine Krankheit auf sich genommen weil er mich liebt und noch viel mehr liebt Er liebt dich von ganzem Herzen Er liebt dich weil er sein Blut vergossen hat Und er hat nicht nur ewiges Leben gegeben Nicht nur Freiheit von Krankheit und von Bindungen Er hat sich gedacht Ich möchte die Limburg-Leute so richtig arg segnen Amen So hat er sich überlegt Und dann hat er sich überlegt Was kann ich im neuen Bund machen was besonders ist Und dann gibt es ein Segen Abrahams Gott hat gesagt Die aus seinem Geschlecht haben ein Segen Was haben wir damit zu tun Gehören wir zu Abraham Jetzt kommt Jesus hier und er geht ans Kreuz Und Galater 3 sagt uns Für die die aus Glauben sind Wenn dieser Segen Abrahams über Christus Jesus zu den Nationen komme Also nach Limburg Da ist ein Segen Abrahams den du heute ergreifen kannst Amen Wenn du verstehst was am Kreuz geschehen ist über Christus heute ins Jahr 2019 in deine Stadt kommst Amen Der Segen Abrahams hat mit Fruchtbarkeit zu tun Amen Der Segen Abrahams hat mit Reichtum zu tun Der Segen Abrahams hat mit Ideen mit Weisheit zu tun Der Segen Abrahams wird sich in deinem Geschäft ziemlich deutlich sichtbarer Der Segen Abrahams wird sich in deinem Haus ziemlich deutlich sichtbarer Der Segen Abrahams ist ein Segen der durch Christus Jesus zu den Nationen kommt Amen Aber wie? Damit wir die Verheizung des Geistes empfangen durch Amen Durch Glauben kannst du das nehmen Durch Glauben kannst du das ergreifen Ohne Glauben liegt das Segen auf dem Boden rum Ich möchte euch anmutigen dass er heute sagt Jesus ich nehme diesen Segen wieder und du es jetzt packst als du vom Boden sagst Jesus ich nehme diesen Segen der hier rumliegt zu und ich nehme den Pippen mal hoch Jesus ich danke dir für jede Hand die diesen Segen ergriffen hat und wir machen diese prophetische Handlung jetzt zusammen und ich danke dir Jesus dass dieser Segen Abrahams vor tausenden von Jahren durch Christus Jesus heute nach dem Guck hineinkommt heute heute ergriffen wird und nie wieder losgelassen hat und Jesus spricht zu euch in Offenbarung Halte fest was du hast Amen Halte fest was du hast damit niemand dein Siegeskranz nehme Halte fest was du hast für dich Halte fest und ich spreche aus dass Fruchtbarkeit hineinkommt Fruchtbarkeit und Segen und Fülle so dass aus diesem Ort Menschen in die Mission geführt werden Menschen in die Fülle hineinkommen Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben werden Halleluja Jesu Namen und die ganze Gemeinde sage Amen Weiter geht's Die Verheißung des Geistes wird Glauben empfangen Habt ihr gehört dass ich den Himmels erlebe? Ja Ja okay Am 18. Mai 2013 hat Jesus mich für eine, halbe Stunde in den Himmel genommen Ich hab dort meine Schwester gesehen meine Schwester die war ein halbes Jahr alt als sie gestorben ist sie war älter wie ich so mich konnte sie nie sehen und dort hab ich sie wieder gesehen es war eine mega Heilung für unsere ganze Familie es war eine mega Heilung für meine Eltern und ich hab sie im Himmel gesehen und ich hab verstanden hey ihr geht's viel besser wie auf dieser Erde sie wartet auf uns Halleluja ich hab im Himmel gesehen diese ganzen Fehlgeburten die ganzen abgetriebenen Babys hab ich im Himmel gesehen ich hab gesehen wie die Mütter wenn sie in den Himmel kommen sie zurückbekommen und sie alles bekommen was sie auf dieser Erde verpasst haben dass sie anfangen zu laufen anfangen zu reden anfangen zu sie zu freuen und eines Tages wird Christus jede Träne abwischen Gott repariert nicht den Scham Gott macht neu wie stark das war und eine Episode die hat mich ziemlich beeindruckt ganz am Ende mit diesen Himmelserlebnissen da drüben kommt meine Oma die ich schon lange tot und meine Oma hat hat immer gesprochen in mein Leben hinein sie hat prophetisch gesprochen aus Glauben ich kam nach Hause mit immer mit schlechten Noten Vierer, Fünfer und sie hat gesprochen Daniel du wirst ein Mann Gottes werden und du wirst gut werden in der Schule du wirst Prediger werden das letzte was ich machen wollte in meinem Leben ist Prediger werden klingt technisch gar nicht ich habe gestoppt ohne Ende das geht gar nicht und auch so will ich das gar nicht und das zweite gut werden in der Schule hat auch nicht geklappt habe ich immer wieder neue Vierer und Fünfer und sie hat immer gesprochen nein du wirst gut werden du wirst ein Prediger werden und so ist sie gestorben sie hat nichts davon gesehen heute ist im Himmel und sie kommt mir entgegen und ich sehe plötzlich ein Generationssegen weil sie gesprochen hat eine Generation sie hat gesprochen sie war hier sie spricht im Glauben und die nächste Generation mein Vater hat es im Glauben ergriffen mein Vater hat gesprochen im Glauben und ich habe es ergreifen da ist ein ein Segen von Generation zu Generation und der stärkste Segen nach 2 Timotheus 1 und 5 wo Paulus spricht zu dem zu seinem geistlichen Sohn Timotheus der ungeheuchelte Glaube der in deine Großmutter war ja Monique und in deine Mutter Louise ist auch in dir spricht Paulus zu seinem geistlichen Sohn da gibt es einen ungeheuchelten Glauben zu ergreifen den du von Generation zu Generation weitergeben darfst das Größte was ich bekommen habe von meinem eigenen Vater ist nicht ein Haus oder ein Auto oder viel Geld das ist schön das Größte Erbe was ich bekommen habe ist dass er sein Lauf verwendet hat und da kommt noch mehr dass er treu war bis zum Ende er hat damals mit der Erika zusammen unter Verfolgung in Russland damals Gemeinde gegründet es war verboten unter Kommunismus aber sie haben Gemeinde gegründet sie haben da prophezeit, gebetet im Keller da durften wir alles nicht durften nicht klatschen so laut sein wie wir sonst hört man das alles aber sie haben Gottes Herrlichkeit erneut weil sie treue Farbe drin und er hat diesen Glauben weitergegeben und ich durfte das ergreifen und das war das größte Geschenk was ich bekommen habe ich möchte dich ermutigen dass du ein Erbe weitergibst an die nächste Generation das Ewigkeitswert haben und das geht nur darum wenn du diesen Glauben ergreifst ein Vorbild bist im Glauben und die nächste Generation des Seenwerten auch ergreift im Glauben Halleluja und so sehe ich meine Oma im Himmel und ich sehe plötzlich ein Generationssegen von ihr von meinem Vater auf mich und weißt du was am Kreuz ist jeder Fluch zerbrochen ab deiner Generation hat der Fluch des Alkohols ein Ende der Fluch der Depression ein Ende auf deiner Generation hat der Fluch der Ablehnung und der Scheinung und der Scheinung ein Ende Amen auf deiner Generation wird ein neuer Generationssegen los warum weil du im Glauben des Ergreifes was Christus am Kreuz vollbracht hat Amen Halleluja Halleluja und da gibt es noch einen viel größeren Generationssegen weißt du das der Segen Abrahams Amen Wow egal was wenn du in die Familie kommst du kannst dich heute verbinden mit einem ultimativen Segen ja der gesprochen wurde vom Himmel und dann kommt Christus und er sagt hey die Leute im Neuen Bund brauchen das auch und die die in Christus Jesus sind die das ergreifen im Glauben werden das bekommen du hast es heute ergriffen und er spricht zu dir halte fest was du hast halte fest was du hast was ist dieser Glaube Hebräer 11 1 was ist Glaube überhaupt Hebräer 11 1 sagt der Glaube ist eine Verwirklichung dessen was man hofft eine Überführtsein von Dingen die man nicht sieht was ist also dieser Glaube du bist überzeugt von etwas was du noch nicht siehst du siehst es in deinem Herzen aber du siehst es noch nicht mit deinen Augen du bist überzeugt von Dingen die du noch nicht siehst und du weißt es wird verwirklicht werden es kommt in die Existenz es kommt in das Leben hinein es kommt in die in die in die Existenz hinein das ist der Glaube als ich damals unheilbar krank war die Ärzte haben gesagt du bist krank meine Gefühle sagen du bist krank mein Körper sagt mir du bist krank die Diagnose sagt du bist krank das Wort Gottes sagt durch meine Streben bist du geheilt und ich habe nichts davon gesehen gar nichts aber ich habe instinktiv etwas gemacht für was ihr als Gemeinde bekannt seid proklamiert durch seine Streben bin ich geheilt ich humpel da rum und es ging gar nichts ich humpel rum alle sagen du bist krank kommt mich richtig bewegen aber ich spreche aus durch seine Streben bin ich geheilt seine Streben mein Kopf sagt mir du bist verrückt das ist doch keine Realität was du sagst aber es ist die Wahrheit mit der Wahrheit Gottes können wir jede Realität verändern mit der Wahrheit Gottes können wir jede Realität verändern jede, 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 jede denn Jesus sagt alles 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 ist möglich für den der da glaubt halleluja und ich habe es ausgesprochen und Römer 10 versitzen sagt der Glaube kommt vorn und bitte hör auf zu hören Leuten zuzuhören die zweifeln höre dem zu der Glauben spricht allerbeste des Wort Gottes höre dem zu der Predigen nach euer Pastor zieh dir zieh dir Predigen rein die ganze Zeit am besten höre das Wort Gottes das Wort Gottes produziert Glaube übernatürlich so wie kannst du glauben mach deine Ohren zu für das Falsche mach deine Ohren auf für das Richtige hör auf diesen ganzen Leuten zuzuhören die irgendwelche Sachen sagen komische hör denen zu die die Wort Gottes aussprechen denn Himmel und Erde werden vergehen dein Problem mit dem Nachbarn wird vergehen dein Garten der ist zwar schön aber er wird vergehen und dein Haus ist auch schön aber er wird vergehen das ist kein ewigkeinswertes Ding Himmel und Erde werden vergehen aber mein Wort wird niemals vergehen so bitte stell dein Leben auf dein Wort nicht auf dein Geld oder auf deine Versicherung sondern auf das Wort Gottes das an Ewigkeitswert Amen Halleluja da gibt es einen Bruder vom Glauben kennt ihr den? den Bruder vom Glauben der ist ziemlich eng verwandt der ist sehr unbeliebt meistens Geduld Halleluja Hebräer 6 Vers 12 sagt damit ihr nicht träge werdet sondern Nachahmer derer die durch Glauben und Ausharren oder Geduld die Verheißungen werden der Bruder von Glaube ist Geduld und wenn du Glaube hast und Geduld wirst du die Verheißungen ererben ich weiß nicht wie lange es dauert bei dir aber ich weiß dass es geschieht wenn du Glauben festsetzt ich weiß dass es geschieht wie lange ist Gottes Sache ob es geschieht ist deine Sache halte es fest halte es fest halleluja Markus 11 Vers 22 bis 24 die ganz bekannte Bibelstelle Jesus antwortet und spricht zu ihnen habt Glauben an Gott er spricht hier zu wiedergeworden Leuten habt Glauben an Gott ich spreche zu euch heute habt Glauben an Gott Amen Amen Glauben wahrlich ich sage euch wer zu diesem Berg sagen wir hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen sondern glauben das geschieht was er sagt nicht denkt nicht sorgt nicht rumtelefoniert sondern was er sagt dem wird es werden darum sage ich alles was ihr betet und bittet glaubt dass ihr es empfangen habt also schon Vergangenheit habt und es wird euch werden es empfangen und es wird euch werden ich möchte euch ermutigen zu den Bergen eures Lebens zu sprechen Berg erhebt dich und verschwinde aus meinem Leben Amen Berg der Krankheit morgens fangen an zu dem Berg zu sprechen ja erstmal Gott anbieten und dann zu dem Berg zu sprechen Berg der Krankheit erhebt dich wirf dich ins Meer und verschwinde Amen Berg der Depression verschwinde Berg der Schulden verschwinde du fängst an zu dem Berg zu sprechen und Jesus sagt hier wenn du zu dem Berg sprichst erhebe dich im Po und erhebe dich ins Meer und du wirst nicht zweifeln in deinem Herzen sondern glauben das geschieht was du sagst ganz wichtig sprich das aus so wird es dir werden wann ich wollte mir bis zu wann wissen wir nicht aber es wird werden wenn du glaubst dass es geschieht was du sagst kann ich einen Amen hören Amen Apostelgeschichte Kapitel 14 Vers 8 bis 10 da ist ein Mann der hat das starken Glauben und ich möchte diesen Glauben bei euch hervorholen ich möchte ihn hervorbringen ein Mann in Lystra saß da kraftlos an den Füßen lahm von seiner Mutter Leib an der niemals umhergegangen war also ein Mann der der immer immer am Boden liegt und gar nicht laufen kann gelebt von von klein auf dieser hörte Paulus reden interessant woher kommt Glaube von hört im richtigen Zug bitte ja egal wie du umstuhst den du bist und als er ihn fest anblickte und sah dass er Glauben hatte geheilt zu werden das ist eine coole Aussage ja umwandt und auf ihn hinblickte und sah dass er Glauben hatte geheilt zu werden man kann in den Augen den Glauben sehen weißt du das ja man kann in den Augen den Glauben sehen also ich weiß nicht ob er ja so bewusst sein aber ich sehe hier einiges nicht umsonst sagt mein Vater immer jetzt wollen wir mal strahlen ja da ist ein Glaube möglich und Paulus sieht ihn an und er sieht diesen Mann an und er sieht er hat Glauben geheilt zu werden man kann in Gemeinden sehen ob da Glaube ist oder nicht und hier ist Glaube das ist wie eine Brutstätte des Glaubens Halleluja ihr habt richtig coole Pastoren wisst ihr das immer wenn es in uns bin ich begeistert über solche Pastoren hätten wir auch gerne aber Gott weiß warum sie hier sind bei euch weil Gott euch so sehr liebt und die beiden lieben euch auch von ganzem Herzen wir sie auch ja Halleluja weiß man und da steht hier drin Glauben hatte geheilt zu werden sprach mit Glauben still stelle dich gerade hin auf deine Füße und er sprang auf und ging und her was war der Schlüssel er hatte Glauben geheilt zu werden ich war in Indien bin öfters in Indien und öfters in der Missionsreise und dort kommt der Mutter zu mir und hat zwei Kinder dabei und kommt mit Glauben und sie guckt mich an und ich uh Glaube also das beeindruckt mich Menschen die Glauben haben beeindrucken mich und sie guckt mich an mit Augen des Glaubens denke ich egal was jetzt Fragen gibt der Herr wird es locker erfüllen locker und sie guckt mich an und sagt mein Mann ist gestorben er war unheilbar krank wir hatten kein Geld zum Arzt zu gehen und er ist gestorben ich habe zwei kleine Kinder ich habe genau die gleiche Krankheit die ich noch sieben bekomme die Ärzte geben noch zwei Wochen ich habe zwei kleine Kinder ich weiß ja was ich machen werde mit ihm ich habe kein Geld zum Arzt zu gehen die können nichts machen aber sie spricht mir an und sagte ich glaube dass Gott mich heute heilen wird mein Glaube war nicht mehr arg groß nachdem ich diese Geschichte gehört habe aber sie hatte Glauben gehalten wow das war schon schön wisst ihr wenn man betet als Pastor für jemanden der Glauben hat ist es so leicht so leicht was für ein Kampf ist es wenn nur jemand glauben da nichts passiert ja und sie kommt nach vorne und sie sagt mir das und ich sehe Glauben und ihr legt die Hände auf und es war so leicht die Gegenwart Gottes kommt die Gegenwart berührt sie und sie ist eine lebende Mama heute ja die ein Segen ist für ihre Kinder und warum? weil sie Glauben hatte geheirat zu werden ich möchte dich ermutigen wenn Jesus runter guckt hier ins Kino nach Limburg dass er so viele Glaubensleute sieht wie Leute hier drin sitzen dass er guckt und sagt wow wir müssen nur bitten und sie bekommen nur bitten und sie bekommen und ich möchte dich ermutigen du und dein Haus der soll dem Herrn dienen Amen du und dein Haus der gehört dem Herrn der gehört dem Herrn Halleluja komm langsam zum Ende da wollen wir noch etwas prophetisches machen zusammen 1. Johannes Kapitel 5 Vers 4 denn alles was aus Gott geboren ist überwindet die Welt und dies ist der Sieg der die Welt bewunden hat unser Glaube Halleluja unser Glaube wer von euch ist aus Gott geboren? die Bibel sagt wenn du aus Gott geboren bist überwindest du die Welt Lass uns das mal zusammen proklamieren ich bin aus Gott geboren und deswegen überwinde ich die Welt ist das okay? das ist gut sag mal das ich bin aus Gott geboren und deswegen überwinde ich die Welt und jetzt kommt dieser Sieg den die Bibel uns sagt was ist der Sieg in der Welt und dies ist der Sieg der die Welt überwunden hat unser Amen ich möchte dich ermutigen höre das Wort Gottes durchs Wort Gottes kommt Glaube seh dich nicht in deinen Umständen seh es das was Gott in deinem Leben gemacht hat du bist das habt ihr heute proklamiert was das Wort sagt was du bist du kannst das ergreifen was verheißen ist das ist das Entscheidende ich möchte dich ermutigen nicht nur zu glauben sondern als ganze Gemeinde in einen Raum des Glaubens hinein zu treten ich habe so gesehen Stufe 1 ist dass du einfach glaubst Stufe 2 ist dass du sagst ja als ganze Gemeinde ich trete hinein in diesen Raum des Glaubens bei dem alles möglich ist alles paar Beispiele die blutflüssige Frau letztes Mal habe ich darüber gepredigt sie kam von hinten sein Jesus berührt Jesus Kraft fließt und sie ist geheilt sie tritt hinein in diese Umgebung von Jesus und in Jesu Umgebung ist alles möglich der Hauptmann wir hatten einen Diener zu Hause der ist krank der Hauptmann kommt zu Jesus und sagt hey sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund Jesus ist beeindruckt du hast großen Glauben wenn du Jesus wirklich beeindrucken willst schaffst du es nicht durch den Gemeindebesuch oder durch dein Geben des Geldes oder durch dein Gebet wenn du Jesus beeindrucken willst schaffst du es nur mit großem Glauben Amen er ist erstaunt wow du hast großen Glauben die geschehen hat deinem Glauben plötzlich war der Diener gesund obwohl er gar nicht anwesend war du kannst übernatürlich Heilung erleben für dein Haus allein durch Glauben Amen ziemlich cool da kommt diese Mutter diese karneische Frau dessen Tochter ist besessen mit Dämonen voll und sie sagt sie wird schrecklich gequält und sie diskutiert mit Jesus und ihr sagt nee ich bin ja nicht zuständig und so doch aber die Krübel die runterfallen da ist auch die Hunde nehmt das und dann plötzlich sagt oh du hast großen Glauben zweite Person zwei Leute hatten großen Glauben in der Bibel Amen zweite Person und dann sagt sie dir geschehen Achtung wie du willst das ist cool dir geschehen allein Glauben und die Frau diese Tochter war frei wisst ihr dass wir fernwesig durch Glauben die Dämonen austreiben können ganz einfach durch Glauben diese Mutter diese Mutter im Glauben und plötzlich ist die Tochter frei möchte ich ermutigen nun dann auch sondern frei leben freilegen da wo die Ärzte die Grenzen haben da beginnen Gottes Möglichkeiten da wo es aufhört im psychischen Bereich beginnen Gottes Möglichkeiten erst dann beginnt es ja alles ist möglich für den der Glauben Jairus ein Vers den Gott mir gesagt hat für euch als Gemeinde Jairus kennt ihr die Geschichte totes Kind oder krank Jesus läuft mit und bis sie da ankommen ist das Kind schon gestorben die Verwandten sagen hier was begrüßt den Lehrer noch interessant was Jesus hier sagt oder was hier geschieht er überhört das Wort hört gar nicht auf diese Worte und er spricht zweifle nicht glaube nur zweifle nicht glaube nur wenn du zweifelst gehst du heraus aus dem Bereich des Glaubens wenn du glaubst kommst du hinein in diesen Raum des Glaubens bei dem alles möglich ist Jesus spricht zweifle nicht glaube nur und dann nimmt er alle Leute die da rumschreien weg damit alle weg scheucht alle weg nimmt ihn mit in diesen Raum des Glaubens da ist das Kind er spricht mit dem Kind steh auf und plötzlich ist er den Toten auch vorwärts geschehen Jesus nimmt den Tod auf sich weil er weiß am Kreuz wird er den Tod auf sich nehmen und gibt sein Leben schon vorher diesem Kind das Kind steht wieder auf und Jesus nimmt ihn mit an diesen Ort und sagt Tür zu hier drin wird gleich etwas geschehen Jesus möchte euch als Gemeinde in diesen Raum des Glaubens hineingeben an diesem Raum wo tote Visionen wieder lebendig werden an diesem Raum wo Berufungen die schon lange beerdigt sind wieder zustande kommen in diesem Raum in dem alles möglich ist er will mich mitnehmen ich habe es so gesehen er will mich mitnehmen er will mich sehr und kommt gleich zum Gebet die Jünger Jesu sie haben im Raum des Glaubens sie waren um Jesus herum und weil sie um Jesus herum waren haben sie etwas erlebt das Zeichen und Wunder geschehen sind durch ihre Hand und wir wollen eine Prophetie zusammen hören und wollen danach ins Gebet gehen der Raum des Glaubens vor einigen Tagen nahm der Herr mich mit und zeigte mir einen Raum im Geist von dem er sagte dass sein Volk in unserer Nation ihn in genau dieser Zeit neu betreten würde es ist der Raum des Glaubens an seinen Außenwänden sah man Spuren fauler Tomaten Eier, Schmutz und Graffiti die den Raum des Glaubens verachteten und verspotteten und ihn als nicht herrlich oder erstrebenswert erscheinen ließen die Personen die den Raum von außen geschmutzt hatten waren voller Wunden und Schmerz sie waren verletzt und frustriert und hart in den Herzen und sie reagierten allergisch auf jede Erwähnung des Wortes des Glaubens himmlische Wesen stellen eine reinigende Flüssigkeit Öl und Verbände bereit und luden schon seit einiger Zeit liebevoll und freundlich dazu ein den Geist Gottes heilsam und tröstend und wiederherstellend an sich heranzulassen das Gottesbild der Personen war verzerrt aber der Vater konnte plötzlich neu erkannt werden auch gab es Personen die begannen die äußeren Wände des Raumes zu reinigen um diesen Raum herum befanden sich außerdem Festungen die vom Feind aufgerichtet waren es wurde bereits angefangen die Festungen zu zerstören und die Zerstörung ging weiter jetzt ist die Zeit der Weg zu diesem Raum war eine Allee gesäumt mit tiefer wurzelten Bäumen die riefen und einruhen und bezeugten dass der Raum des Glaubens real und voller Leben sei und sie bezeugten dass Jesus mit jedem Einzelnen der auf dem Weg war in diesen Raum gehen wolle es war ein Raum der Beziehung zu ihm dann sah ich die Tür zu diesem Raum sie war sehr niedrig zwei Wächter befanden sich dort am Eingang mit ihnen war in keinster Weise zu verhandeln ich habe selten so klare unbeirrbare Wächter gesehen die Personen die diesen Raum betreten wollten wurden Dinge weggenommen manches wurde den Wächtern übergeben anderes fiel ab sobald man in die Nähe des Eingangs zu diesem Raum kam manche Interessenten kehrten wieder um weil sie festhielten und nicht loslassen wollten einige Meter weiter empfing man unerwartet Geschenke und Ausrüstung diese hätte man vorher gar nicht tragen können die angespannten Gesichter der Eintretenden begannen sich zu entspannen in einzelnen Augen zeigte sich neu an frohes punkten je tiefer man in diesem Raum vordrangt kam man immer wieder an solche Wachposten die von dem im Glauben weitergehenden Sichtweisen Haltungen Worte Handlungen etc. entgegen nahmen es waren Dinge die im Bereich des Glaubens nicht erlaubbar und dort nicht würden standhalten können irgendwann begann einige Personen zu fliegen und auf dem Nichts zu laufen der Raum war voller Geschenke voller Gaben Ereignisse und Gegenstände sie hatten die Eigenschaft dass sie erst wenn man sie gezielt aus den Regalen aus den Schränken oder einfach aus dem Raum neben oder über einem nehmen wollte sichtbar und spürbar wurden vorher sah ich sie im sehenden Denken sprechen und dann im Geist der Zugreifenden Ich sah die Wände dieses Raumes Phasenweise waren sie total bodenvoller Erlebnisse voller Bilder und voller Leidenschaft An manchen Wegstrecken waren sie fahrlos und ohne jede Emotion Auf diesen Abschnitten gab es Türen wo manche Personen den Raum des Glaubens verließen Diese Gänge hatten Straßennamen wie Gasse des Ausharrens oder Weg ohne sichtbaren Beweis Wo ist die Verheißung Liebe Die Stille nach dem Abenteuer Unterstellung und Anklage und so weiter Je weiter ich ging desto beweglicher weicher und dünner wurden diese Wände Sie bewegten sich und öffneten mehr und mehr den zunächst engen Raum in eine immer größer werdende Weite Von Weitem sah ich ich selbst war nicht dort dass dieser Raum irgendwo irgendwann keine Wände mehr haben würde Dieser Bereich hatte den Namen Alles ist möglich Die Atmosphäre des Raumes war mir einfach fühl Sie war gereinigt von Enge Tradition und Härte und dies einfach nur Leben Sie fühlte sich neu an sehr angenehm friedlich und gleichzeitig total lebendig frisch und kraftvoll Es war ein neuer Duft den es vorher nicht gegeben hatte eigens für diese Zeit kreiert Sobald man ihn roch verschwanden staubige modrige und bittere Stoffe aus dem Geruch und auch aus dem Bereich des Schmeckens und ungute Assoziationen konnten sich nicht mehr halten Der Geist Gottes sprach dass er in diesen Tagen neu ruft zu glauben Die Aufträge die er gegeben hat um unsere Nation auf seine Wege zu bringen können nur im Glauben an ihn und an sein Wort ausgeführt werden Sein Thronfall ist sehr sanft voller Vorfreude und sehr entschlossen Die Wächter spiegelten ihn irgendwie wieder Beten wir dass unsere Nation neu diesen Raum betritt Amen Halleluja Wir wollen ins Gebet hineingehen Ich lade euch ein Jede der sagt Ja ich möchte jetzt in diesen Raum des Glaubens ich hab gleich ausgesst Kommt doch mal nach vorne wir werden uns hier zusammen eins machen und sagen Jesus wir als Gemeinde sind bereit in diesen Raum des Glaubens zu gehen Ich hab so bei euch wo ich gebet hab ich so gesehen blättert bevor er kommt ich hab so gesehen dass ihr hineinträgt bevor er kommt was Gott bevor er kommt ich möchte dich ermutigen dass du einen Schritt des Glaubens machst das heißt in dem Moment wenn du aufstehst und nach vorne laufst liest du schon ich betrete im Glauben diesen Raum des Glaubens und dann möchte ich dir ermutigen dass du für heute eine Entscheidung triffst die Entscheidung triffst dass du sagst und ich werde von heute an bis zum letzten Tag meines Lebens nie wieder da rausgehen wie ich mir das Glauben ja wer das wird komm mal vor und wir machen uns jetzt gleich eins in diesen Raum des Glaubens schön nach vorne dass wir Platz haben können auch für die Brüder kommen noch fünf schön nach vorne dass wir cool Platz haben für alle schön aufstellen wie eine Armee wie eine Familie eine richtig coole Familie weißt du das richtig coole Familie schön durchlaufen gerade bekehrt und schon ab in den Raum des Glaubens voll cool voll cool voll cool sehr gut sehr gut sehr gut kurz in der Liebe sofort jetzt klar gleich durchsetzen voll gut Halleluja Halleluja alle haben wir den Platz ja super ok wir wollen jetzt eine Proklamation müssen wir uns machen seid ihr bereit ja ihr seid in Glauberei getreten gerade eben oh das ist schön der Himmel freut sich Amen wir proklamieren zusammen Jesus Jesus danke für dein Wort danke für dein Wort ich entscheide mich heute ich entscheide mich heute in diesen Raum des Glaubens in diesen Raum des Glory hinein zu treten hinein zu treten von heute an von heute an bis zum letzten Tag meines Lebens bis zum letzten Tag meines Lebens will ich da nicht mehr herr äh rausgehen will ich da nicht mehr hierr gehen ich vergebe den Menschen die mich verletzt haben. Ich lasse das Alte los. Ich schaue nicht nach hinten, sondern ich schaue nach vorne. Und ab heute will ich in diesem Raum des Glaubens stehen. Und drin bleiben. Und ich bekenne mutig, ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Depression hat ein Ende. Ab heute Krankheit weich aus meinem Leben. In Jesu Namen ich bekenne das Leben und Lebenüberfluss entsprechen von Jesus in mein Leben hineinkommen. In Jesu Namen in Jesu Namen und die ganze Gemeinde sage Amen. Aber wir beten jetzt, Vater, dass diese Proklamation, die du gerade gehört hast, dass sie Frucht bringt von heute an und eine Veränderung, einen Wendepunkt produziert. Nicht nur in Limburg, sondern ganz Hessen, in ganz Deutschland, in ganz Europa, zu deiner Ehre, dass eine neue Welle des Glaubens ausgeschüttet wird in Jesu Namen. Seine Welle der Herrlichkeit kommt in Jesu Namen. Eine Welle deiner Herrlichkeit in Jesu Namen. Ich sehe eure Hände von den Pastoren und ich sehe, wie Gott euch das gegeben hat. Und ich sehe, wie in euren Händen eine Welle statt. Das ist eine Vision, die ihr vor Jahren euch gegeben habt und ihr habt sie und ihr ergreift und ihr lasst sie nicht los. Und Gott sagt zu euch, meine Kinder, ihr seid so treu. Bei den Kleinträuber werde ich euch über Großes setzen. Das sind eure Sehnsüchte, das sind nicht so. Sehnsüchte und sie werden zustande kommen. Gott sagt, ich stehe zu meinem Wort. Was ich verheißen habe, das tue ich auch. Und so ein Bild hier ist, was da eigentlich geschieht, wie wir haben es auf der Erde. Können wir zum Bild? Wie geht es? Oh, oh. Oh, oh. Und Gott hat mir jetzt zwei Gruppen von Menschen gezeigt und zwar die eine Gruppe, das sind Leute, du bist in irgendeiner Situation in deinem Leben oder du bist in Umstände, die dich voll runterdrücken. Du bist das belastet dich so, ja? Und vielleicht bist du da schon seit Jahren drin. Und irgendwie bist du müde geworden zu glauben, ja? Irgendwie hinst du es einfach so hin. Und Gott hat mir gezeigt, dass er dir heute neue Kraft geben möchte, ja? Im Glauben einfach wieder aufzustehen. Und Gott ist bereit, dir da zu helfen. Und das Einzige, was du jetzt tun musst, ist, dich neu zu entscheiden, ja, ich will im Glauben weitergehen. Und ich habe gesehen, wie Jesus so neben dir steht und er wartet, oh, dass du wie so seine Hand nimmst und sagst, okay, gehen wir im Glauben weiter. Und die zweite Gruppe, die ich gesehen habe, das sind Leute, du hast vielleicht jetzt nicht eine richtig krasse Situation in deinem Leben, aber immer wieder kommen Umstände. Vielleicht sind es so einfache Dinge, wie man ist immer wieder krank. In der Schule oder auf der Arbeit läuft es halt nicht so gut. Und du nimmst es einfach hin. Aber Jesus sagt, ja, mit mir gibt es so viel mehr, ja? Und ich habe gesehen, wie Jesus dich selber ermutigen möchte. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben irgendeinen Moment hast, wo du denkst, hey, das geht doch eigentlich besser. Dann bete und glaube. Ich habe gesehen, wie du dann von Sieg zu Sieg gehst, ja? Und wie sich dein Leben so richtig verändert. Ja, weil Gott hat mehr für dich als irgendwie durchs Leben das Beste für dich vorbereitet. Und ich will dich ermutigen, dich einfach neu zu entscheiden. Nein, geht es so einfach mit Jesus. Was wir heckfangen sind, habe ich gespürt, dass Menschen mit Ängsten das sind. und es waren Todesängste, es sind Diagnosen gesprochen worden, die erschütternd waren. Und der Heilige Geist hat mich jetzt gerade daran erinnert, weil es passt zu dieser Message. Hört nicht, was die Ärzte gesagt haben, sondern glaubt nur und empfangt das Wunder. Das Wort erkennt, das kommt, wir müssen gleich darauf reagieren. Das ist ganz wichtig. Wer von euch hat sowas erlebt? Oder hat das im Herzen gerade? Sagt, ihr wollt das Ängste, mein Lieben, ich möchte sie heute beerdigen, diese Ängste. Okay? Alles klar? Super. Gut, wir machen es jetzt zusammen. Denn die Bibel sagt, du hast keine Geisterangst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonderheit. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ab heute spricht immer wieder, Gott liebt mich. Ziel ist rein, diesen Liebesbrief vom Vater. Nimm diese Liebe. Und wir machen es jetzt eins. Könnt ihr euch an die Hände nehmen? Geht das? Habt ihr das irgendwie? Eins oder zwei Hände, da wusste ich jedes jeder von seiner Wagen irgendwo, ja? So machen, ihr sagt, cool. In wie eine Familie habt ihr sie erzogen. Weißt, ne, richtig? Gute Eltern. Danke, Vater, ich warte, wir zerbrechen jetzt jeden Geisterangst. Angst, weiche aus diesem Ort, in dieser Gemeinde. Geisterangst erhebt dich, wirf dich ins Meer, komm nie wieder zurück in den Namen des Herrn. In Jesames Verbrechen, jetzt jede Tonsangst, jede Diagnose, der Angst in Jesu Namen. Wir danken dir, dass die vollkommene Liebe jede Furcht austreibt. Danke, dass du jetzt mit Liebe reinkommst und die Herzen nicht bittet. Das übernatürliche Fluss der Liebe jetzt reinschließt in die Herzen in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Gott sagt euch, ihr habt kein Geisterangst, die Angst bekommen von der Kraft und der Liebe. Halleluja. Und das ist noch ein Geisterangst. Ich will loslassen. während der Anbetung spürst du eine Person hier und du fühlst dich übervorteilt. Du siehst neben dir die Leute, sie wachsen im Glauben und irgendwie, es fühlt sich für dich so an, so hey Gott, was ist mit mir? Da passiert bei dir, passiert das, bei mir passiert nichts. Aber das stimmt, das ist eine Lüge des Feindes. Und Gott hat den perfekten Weg für dich. Er hat deinen Weg. Er hat nicht den Weg von Daniel, nicht meinen Weg, nicht von Bern, nicht von der Iris, sondern er hat deinen ganz persönlichen Glück. Und ich möchte dich darin ermutigen, dass du diesen Weg greifst. Und das ist ein wunderbarer Weg, weil wir einen wunderbaren Gott haben. Und Papa Gott, ich danke dir, dass du jetzt kommst und deine vollkommener Liebe. Und ich danke dir, dass du fühlst, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass du führst auf diesen wunderbaren Weg. Und ich danke dir, dass du aufzeigst, dass diese Person wertvoll ist und geliebt und angenommen vom König der König. Und dass sie oder er ein Kind des Allerhöchsten. Und ich spreche Sohnenschaft aus und Tochterschaft aus und machen dich. Das letzte Wort noch. Ja, ich habe bekommen, dass Menschen, die hier sind, die da sucht haben, Tablettesucht, Alkohol oder Zigarettensucht, Gott will heute befreien. Amen. Und er ist bereit. Ist bereit, dein Herz. Und er will das tun. Er lügt dich über alles. Und du bist ein Juwel in seiner Hände. Du bist original. Du musst nicht kopieren, die andere Menschen. Und ich habe gesehen, wo Daniel hat gepredigt, hier war so eine große Herrlichkeit. So viele Engel waren und sie haben gedient, jeden Menschen. und sie haben so ein großes Gefäß gehabt und dies war wie eine himmlische Manna. Und sie haben jeden Einzelnen in den Mund gelegt. Er dient, er weiß, was jeder braucht und er will Befreiung schenken, Heilung, Wiederherstellung und ihr seid eine tolle Gemeinde. Amen. Eine Familie Gottes. Aber wir nehmen es in Anspruch in Jesu Namen. Ich sehe, wie diese Engel kommen und wie bei Matthäus 4, als die Versuchung zu Ende war, spricht der Herr zu euch. Die Versuchung soll zu Ende sein in Jesu Namen. Und ich sehe, wie die Engel kommen und euch dienen und dieses Mann euch gibt und ihr gestärkt werdet nach dieser Zeit der Versuchung in Jesu Namen. Amen. Können wir im Glauben platzieren? Im Glauben? Das ist ganz wichtig. Wenn ich die Glauben jetzt von ihr im Glauben in Jesus. Und auf eine letzte Sache waren wir zusammen. Eine letzte Sache noch. Iris und Werden, können wir die Leidenschaft nach vorne holen? Die Leidenschaft, ja. Und der Leidenschaft bekommt Bienen und dann werden wir gerne. Wo ist der Wart? Alle Leidenschaft. Der Gemeinderat, kommen wir bitte nach vorne. Wir haben ein Wort von Gott bekommen für euch als Gemeinderat. Jesus. 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 Eber, das auf der Welt was erscheint. Jesus. Eber, das ist ja. Jesus. Halleluja. Liebt ihr den Gemeinderat? Ja. Können die Hände ausstrengend ziehen? Oder wir machen uns jetzt eins im Glauben. Ja. Und ich danke dir. Mann zur Frau. Danke für die Herrlichkeit Gottes in Jesu Namen zu deiner Ehre. Und ich danke, dass du die Fülle hineinbringst in Jesu Namen. Danke, dass du vor der die Hände vor der was sie auch anpacken. Es wird ihm gelingen in Jesu Namen. So spreche ich dein Segen hinein. Wie im Himmel, so auf der Erde. Danke, dass deine Fülle jetzt fließt. Deine Herrlichkeit jetzt fließt. Deine Gnade jetzt fließt. Ganz neu in Jesu Namen zu deiner Ehre. Fülle, 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 mehr, mehr, mehr. In Jesu Namen zu deiner Ehre. Danke, danke, und ich sehe, das ist interessant, könnte man euch an die Hände nehmen? Dass ihr, dass eine besondere Einheit hier ist in euch. Und Gott sagt, ich möchte die Einheit noch stärker werden lassen in euch und durch euch. Und ich sehe das an der Liebe untereinander, während sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist interessant. Und dass Gott in dieser Einheit jetzt auf euch gibt, wie so ein Juwel, der noch sichtbar wird, der die Herrlichkeit Gottes so richtig raus strahlt und ausfügt. Fülle, so sehe ich das. Und Gott sagt, ich habe euch mein Wort gegeben, meine Kraft in Jesu Namen. Könnt ihr loslassen? Letzter Prophetie noch. Ich habe gebetet für die Leidenschaft und Gott hat mir ein Wort gegeben. Der Wind meines Geistes wird die frische Offenbarung und Kraft euch geben. Ich werde eure Füße stellen auf weiteren Raum. Breitet eure Adlersflügel aus und ihr werdet steigen auf ihre Leben. Es ist eine neue Zeit aufgebrochen, eine neue Saison. Es werden neue Tiere aufgetan. Nehmt neues Land in Glauben ein. Nehmt es in Besitz und wo ihr eure Fußsäule in Glauben stellt, es wird euch gehören. Amen. Die ganze Gemeinde sagen Amen. Dankeschön. Welch ein Morgen. Ich habe lange nicht mehr so viele Tränen laufen in meinen eigenen Augen wie heute Morgen. Ihr habt uns zugesegnet. Und wenn ich nur hab's für die Saison und da sehe ich, vielen Dank Daniel für dein Wort und für die Leitung heute, für den Dienst, den du geschenkt hast. Vielen Dank Erika, du warst für mich heute mein Highlight bei den ersten Jahren, vier, fünf, wie ich war. Und die Evelyn war auch, also du hast so eine tolle Stimme. Du kannst so angenehm reden, das ist auch eine Gabe. ganz neben den geistigen Dingen, die ich bei dir sehe, wundervoll. Und Dennis, das Zeugnis ist einfach großartig. Ich glaube, dass du für einige hier warst, für die du das Highlight warst. Du warst wichtig. Du hast hier schon viel bevollbracht und wenn wir auch wieder 2000 Viewer, sagt man, schauen, dann wird das noch weiter über diesen Tag hinausgehen. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich erinnere euch an eine Geschichte, die haben wir hier schon mal erzählt. Bei dem Hundekampf kämpften ein weißer und schwarzer Hund gegeneinander, die gehören im selben Hang, der reist damit durchs Land. Und mal gewinnt der schwarze, und mal gewinnt der weiße. Und jemand, der das so beobachtet, der fragt den Mann, sag mal, du wettest immer auf den richtigen Hund. Und mal gewinnt der, und mal gewinnt der. Woher weißt du im Vorhinein immer, wer gewinnt? Du sagst dir mal ganz einfach, es gewinnt immer der Hund, den ich gefüttert habe vom Kamm. Weißt du, dass es mit Angst und Glauben genau so ist? Ja. Das sind die beiden Hunde in deinem Leben. Angst und Glauben. Es gewinnt immer nur einer von beiden. Und zwar der, den du fütterst. Angst zu füttern ist ganz einfach. Hör einfach ein paar Leuten zu, wenn es dir nicht so gut geht. Och du Arme, das wird bestimmt noch schlimmer. Und kriegt bestimmt noch die Krippe. Oder was auch immer. Leute reden so, sagen so Dinge ständig, die denken nicht drüber nach. Und was sie immer schüren, ist Angst, Unsicherheit, Sorge. Aber du Leuten zuhörst, wie kannst du Daniel oder Dennis, dann hörst du Glauben. Deswegen ist es ein guter Rat, Predigten zu hören. Die richtigen vor allen Dingen. Es gibt nicht nur gute Predigten, es gibt auch nicht nur gute Gemeinden, der in Sicht. Glauben ist tatsächlich in Deutschland ein relativ rares Produkt geworden, wenn man es immer so nennen will. Aber wir glauben, dass da wieder was aufbricht. Das Erweckung kommt, das Glauben in Deutschland wieder einen Platz bekommt. Auch in den großen Kirchen aller Art, überall. Wir glauben, das Glauben jedem Christen gehört. Aber wir müssen es nehmen. Und das ist meine zweite Sache. Eine meiner wichtigsten Bibelstärkte für mein persönliches Leben ist Galater 6, Vers 9. Vielleicht nimmst auch du heute was mit. Da heißt es nämlich, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermanken. Ich habe daraus eine Formel gestrickt. Die heißt, es ist ja einfach. Tu das Richtige beständig gleich Erfolg. Das Richtige tun mal Beständigkeit gleich Erfolg. Das ist eine einfache Formel. Die findest du in ganz vielen anderen Bibelstellen auch. Es ist nicht nur in dieser Bibelstelle da. Das Richtige ist das, was Gottes Wort dir sagt, wofür Gott steht, biblische Wahrheit und weißt du, dass das Richtige ist. Nicht immer das, was sich richtig anfühlt. Wenn du den Zähnen gibst, weißt du, das fühlt sich nicht immer richtig an. Manchmal könnte man mit dem Geld gerade andere Dinge tun. Oder dann Ehepartner treu zu sein, vielleicht fühlt sich das auch nicht richtig an, wenn ihr gerade einen richtigen Krach habt oder irgendein anderer gerade um dich wirbt. Weißt du, die Gefühle, die verleihen uns. Das Herz betrübt uns mehr als alles andere. Vertrau Gottes Willen nicht deinem Herz, folge nicht deinem Herz. Es sei denn, es ist gefüllt mit Gottes Wort. Unser Herz ist nur ein Gegenstand, es ist nur ein Glas. Da ist irgendwas drin. Da kann viel Müll drin sein. Da ist die emotionale Mülle. Wenn du dich davon führen lässt, dann führst du so ein Leben. Himmel hoch, jauchzen, zu Tode betrübt, zu die richtigen Dinge. Und wie Pastor Daniel gesagt hat, Beständigkeit gehört dazu, zu formeln. Wenn ich nur das Richtige tue, glaube für meine Heilung zwei Wochen lang und dann denke ich, es ist nichts passiert und ich lasse es wieder sein. Ich mache wieder meine alten Worte. Oh, mir geht es so schlecht. Oh, jammer, jammer, jammer. Was passiert? Die Heilung kommt nicht durch. Vielleicht habe ich einen Tag vorher aufgehört, vielleicht ein Jahr vorher. Keine Ahnung. Wir wissen nicht immer, wie lange es dauert. Aber ich sage euch ja auch immer dasselbe. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir für unsere Heilung glauben. Das Schlimmste ist, wir sterben drüber. Wo ist das Problem? Wenn du Christ bist. Wenn du Christ bist. Das ist kein Problem. Der Ort, wo wir nach diesem Leben machen, ist ohnehin schöner als alles, was wir hier erleben können. Ich lebe gern hier. Keine Todesinsucht, okay? Aber ich weiß auch, das ist nur ein Abklatsch von dem, dass mich eine Ewigkeit bei Gott erwartet. So, ich habe keine Furcht vom Tod. Deswegen sage ich, ich habe nichts zu verlieren. Wenn du krank bist, nimm deine Medikamente, geh zum Arzt, aber nimm deine geistliche Medizin zu dir. Und beklamier das, was Gott sagt. Stimme bei allem mit dem, was Gott sagt. Lege die Wahrheit über die Tatsache. Und die Tatsache muss ich der Wahrheit anpassen. Denn die Wahrheit heißt Jesus Christus. Die Wahrheit heißt Wort Gottes. Und die Tatsache kann die Diagnose sein, kann ein Kontostand sein oder eine Krise in der Beziehung. Aber wenn immer du die Wahrheit drauflegst, vor allem beständig draufliegen lässt, verlass dich drauf. Das ist wie wenn du ein Blatt hier hinlegst und Blatt, ich komme jetzt bald wieder an die Bäume, und legst so ein dickes Buch drauf. Was macht das Blatt? Es wird Blatt. Amen. So ist es, wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes auf die Tatsache legen und schlupf, fällt schon irgendwas in sich zusammen. Weißer Gott. So, ich sage vielen Dank. Ich lade euch eine nächste Woche und sage, hier hast du, wenn ihr das predigt, es wird cool. Und wir machen da weitere Woche da aufgehört ab. Oder Schatz? Ich danke dir von Herzen für den Dienst von unseren vier Freunden aus dem Vorstand. Herr, ich bete, dass du Segen mitgibst in ihr Reisegepäck, dass sie, wenn sie zu Hause ankommen, merken, wups, wir haben ja mehr dabei, als wir nach Limburg mitgenommen haben. Wir sollen fett gesegnet sein in jederlei Hinsicht. Danke, Jesus. Für Pastor Edmund an der Stelle, weil er, er war der Pionier für strahlende Freude im Vorstand, die Ausstrahlung haben, Herr, ins ganze Land, nach Indien, in die Ukraine und an andere Orte, Herr, so ein wundervolles Erbe. Ehre sei dir. Herr, wir wollen auch so Erben hier sehen. Wir wollen sehen, wie unsere nächsten Generation uns überstrahlen mit allem, Herr, was sie für dich tun. Danke, Herr, dass auch wir hier Grund legen und dass hier Dinge weitergehen und dass wir wundervolle Prophetien mitnehmen dürfen heute. Und ich erinnere euch und mich, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Amen. Ich frage und empfleg mir, wenn ich falle, weißt du doch hier. Deine Liebe trägt mich durch, Du bist mein Halt in der Raum, und Segen hoch, Du bist mein Halt in der Raum.